Befreie dich von den Fehlern der Vergangenheit. Vergib dir, was du getan hast oder durchgemacht hast. Heute ist ein vollkommen neuer Tag und du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, dich selbst mit Respekt zu behandeln und von anderen mit Respekt behandelt zu werden. Du bist wichtig. Nimm deine Gefühle ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Egal, was der Tag dir bringt. Jede Situation gibt dir die Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen. Selbst wenn unangenehme Gefühle in dir aufsteigen, weißt du, du bist nicht dieses Gefühl. Du beobachtest dieses Gefühl nur. Du stehst darüber. Du findest immer kreative Möglichkeiten, deine Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Du hast laufend gute Ideen, die helfen, dass es dir gut geht. Denn du bist es dir wert, dich selbst glücklich zu machen. Befreie dich von den Fehlern der Vergangenheit. Vergib dir, was du getan hast oder durchgemacht hast. Heute ist ein vollkommen neuer Tag und du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, dich selbst mit Respekt zu behandeln und von anderen mit Respekt behandelt zu werden. Du bist wichtig. Nimm deine Gefühle ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Wenn deine Bedürfnisse ernsthaard, come offensichtlich zu sein. Und du kannst dir nicht mit das Gefühl. Und deine Bedürfnisse ernsthafte. Wenn deine Bedürfnisse ernsthaft diese Bedürfnisse sind, dann kannst du ein sehr guter webinar. Du bist nicht dieses Gefühl. Du beobachtest dieses Gefühl nur. Du stehst darüber. Du findest immer kreative Möglichkeiten, deine Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Du hast laufend gute Ideen, die helfen, dass es dir gut geht. Denn du bist es dir wert, dich selbst glücklich zu machen. Befreie dich von den Fehlern der Vergangenheit. Vergib dir, was du getan hast oder durchgemacht hast. Heute ist ein vollkommen neuer Tag. Du verdienst es, dich selbst mit Respekt zu behandeln. Du bist wichtig. Nimm deine Gefühle ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Egal, was der Tag dir bringt, jede Situation gibt dir die Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen. Selbst wenn unangenehme Gefühle in dir aufsteigen, weißt du, du bist nicht dieses Gefühl. Du beobachtest dieses Gefühl nur. Du stehst darüber. Du findest immer kreative Möglichkeiten, deine Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Du hast laufend gute Ideen, die helfen, dass es dir gut geht. Denn du bist es dir wert, dich selbst glücklich zu machen. Befreie dich von den Fehlern der Vergangenheit. Vergib dir, was du getan hast oder durchgemacht hast. Heute ist ein vollkommen neuer Tag. Und du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, dich selbst mit Respekt zu behandeln und von anderen mit Respekt behandelt zu werden. Du bist wichtig. Nimm deine Gefühle ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Egal, was der Tag dir bringt. Egal, was der Tag dir bringt. Jede Situation gibt dir die Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen. Selbst wenn unangenehme Gefühle in dir aufsteigen, weißt du, du bist nicht dieses Gefühl. Du beobachtest dieses Gefühl nur. Du stehst darüber. Du findest immer kreative Möglichkeiten, deine Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Du hast laufend gute Ideen, die helfen, dass es dir gut geht. Denn du bist es dir wert, dich selbst glücklich zu machen. Befreie dich von den Fehlern der Vergangenheit. Vergib dir, was du getan hast oder durchgemacht hast. Heute ist ein vollkommen neuer Tag. Und du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, dich selbst mit Respekt zu behandeln und von anderen mit Respekt behandelt zu werden. Du bist wichtig. Nimm deine Gefühle ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Egal, was der Tag dir bringt. Jede Situation gibt dir die Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen. Selbst wenn unangenehme Gefühle in dir aufsteigen, weißt du, du bist nicht dieses Gefühl. Du beobachtest dieses Gefühl nur. Du stehst darüber. Du findest immer kreative Möglichkeiten, deine Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Du hast laufend gute Ideen, die helfen, dass es dir gut geht. Denn du bist es dir wert, dich selbst glücklich zu machen. Befreie dich von den Fehlern der Vergangenheit. Vergib dir, was du getan hast oder durchgemacht hast. Heute ist ein vollkommen neuer Tag. Und du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, dich selbst mit Respekt zu behandeln und von anderen mit Respekt behandelt zu werden. Du bist wichtig. Nimm deine Gefühle ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Egal, was der Tag dir bringt. Jede Situation gibt dir die Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen. Selbst wenn unangenehme Gefühle in dir aufsteigen, weißt du, du bist nicht dieses Gefühl. Du beobachtest dieses Gefühl nur. Du stehst darüber. Du findest immer kreative Möglichkeiten, deine Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Du hast laufend gute Ideen, die helfen, dass es dir gut geht. Denn du bist es dir wert, dich selbst glücklich zu machen. Befreie dich von den Fehlern der Vergangenheit. Vergib dir, was du getan hast oder durchgemacht hast. Heute ist ein vollkommen neuer Tag. Und du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, dich selbst mit Respekt zu behandeln und von anderen mit Respekt behandelt zu werden. Du bist wichtig. Nimm deine Gefühle ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Egal, was der Tag dir bringt. Jede Situation gibt dir die Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen. Selbst wenn unangenehme Gefühle in dir aufsteigen, weißt du, du bist nicht dieses Gefühl. Du beobachtest dieses Gefühl nur. Du stehst darüber. Du findest immer kreative Möglichkeiten, deine Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Du hast laufend gute Ideen, die helfen, dass es dir gut geht. Denn du bist es dir wert, dich selbst glücklich zu machen. Befreie dich von den Fehlern der Vergangenheit. Vergib dir, was du getan hast oder durchgemacht hast. Heute ist ein vollkommen neuer Tag. Und du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, dich selbst mit Respekt zu behandeln und von anderen mit Respekt behandelt zu werden. Du bist wichtig. Nimm deine Gefühle ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Egal, was der Tag dir bringt. Egal, was der Tag dir bringt. Jede Situation gibt dir die Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen. Selbst wenn unangenehme Gefühle in dir aufsteigen, weißt du, du bist nicht dieses Gefühl. Du beobachtest dieses Gefühl nur. Du stehst darüber. Du findest immer kreative Möglichkeiten, deine Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Du hast laufend gute Ideen, die helfen, dass es dir gut geht. Denn du bist es dir wert, dich selbst glücklich zu machen. Befreie dich von den Fehlern der Vergangenheit. Vergib dir, was du getan hast oder durchgemacht hast. Heute ist ein vollkommen neuer Tag. Und du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, dich selbst mit Respekt zu behandeln und von anderen mit Respekt behandelt zu werden. Du bist wichtig. Nimm deine Gefühle ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Du bist, egal was der Tag dir bringt. Jede Situation gibt dir die Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen. Selbst wenn unangenehme Gefühle in dir aufsteigen, weißt du, du bist nicht dieses Gefühl. Du beobachtest dieses Gefühl nur. Du stehst darüber. Du findest immer kreative Möglichkeiten, deine Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Du hast laufend gute Ideen, die helfen, dass es dir gut geht. Denn du bist es dir wert, dich selbst glücklich zu machen. Befreie dich von den Fehlern der Vergangenheit. Vergib dir, was du getan hast oder durchgemacht hast. Heute ist ein vollkommen neuer Tag. Du verdienst es, dich selbst mit Respekt zu behandeln. Und von anderen mit Respekt behandelt zu werden. Du bist wichtig. Nimm deine Gefühle ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Egal, was der Tag dir bringt. Jede Situation gibt dir die Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen. Selbst wenn unangenehme Gefühle in dir aufsteigen, weißt du, du bist nicht dieses Gefühl. Du beobachtest dieses Gefühl nur. Du stehst darüber. Du bist nicht dieses Gefühl. Du bist nicht dieses Gefühl. Du bist nicht dieses Gefühl. Du findest immer kreative Möglichkeiten, deine Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Du hast laufend gute Ideen, die helfen, dass es dir gut geht. Denn du bist es dir wert, dich selbst glücklich zu machen. Befreie dich von den Fehlern der Vergangenheit. Vergib dir, was du getan hast oder durchgemacht hast. Heute ist ein vollkommen neuer Tag. Und du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, dich selbst mit Respekt zu behandeln und von anderen mit Respekt behandelt zu werden. Du bist wichtig. Nimm deine Gefühle ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Egal, was der Tag dir bringt. Egal, was der Tag dir bringt. Jede Situation gibt dir die Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen. Selbst wenn unangenehme Gefühle in dir aufsteigen, weißt du, du bist nicht dieses Gefühl. Du beobachtest dieses Gefühl nur. Du stehst da rüber. Du findest immer kreative Möglichkeiten, deine Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Du hast laufend gute Ideen, die helfen, dass es dir gut geht. Denn du bist es dir wert, dich selbst glücklich zu machen. Befreie dich von den Fehlern der Vergangenheit. Vergib dir, was du getan hast oder durchgemacht hast. Heute ist ein vollkommen neuer Tag und du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, dich selbst mit Respekt zu behandeln und von anderen mit Respekt behandelt zu werden. Du bist wichtig. Nimm deine Gefühle ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Egal, was der Tag dir bringt. Jede Situation gibt dir die Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen. Selbst wenn unangenehme Gefühle in dir aufsteigen, weißt du, du bist nicht dieses Gefühl. Du beobachtest dieses Gefühl nur. Du stehst da rüber. Du findest immer kreative Möglichkeiten, deine Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Du hast laufend gute Ideen, die helfen, dass es dir gut geht. Denn du bist es dir wert, dich selbst glücklich zu machen. Befreie dich von den Fehlern der Vergangenheit. Vergib dir, was du getan hast oder durchgemacht hast. Heute ist ein vollkommen neuer Tag und du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, dich selbst mit Respekt zu behandeln und von anderen mit Respekt behandelt zu werden. Du bist wichtig. Nimm deine Gefühle ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Egal, was der Tag dir bringt. Jede Situation gibt dir die Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen. Selbst, wenn unangenehme Gefühle in dir aufsteigen, weißt du, du bist nicht dieses Gefühl. Du beobachtest dieses Gefühl nur. Du stehst darüber. Du findest immer kreative Möglichkeiten, deine Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Du hast laufend gute Ideen, die helfen, dass es dir gut geht. Denn du bist es dir wert, dich selbst glücklich zu machen. D investierst du auch noch ein und lie